Ich bin Schulungsleiter hier in unserer Technischen Akademie, wo wir Schulungen geben über all die komplexen Geräte und zudem Teamleiter für das Trainerteam. Ich bin seit 14 Jahren bei der Firma Dyrdental und als Versandarbeiter tätig mit dem Schwerpunkt Kommissionieren und Versandgerechtes verpacken. Ich bin Area Sales Manager bei Dyrdental. In meiner Zuständigkeiten sind Ost- und Südosteuropa, Baltikum, Balkan und die Großstaaten. Ich bin Chief Software Architect im Bereich der Bildgebung. Das bedeutet, ich bin der leitende Architekt für alle bildgebende Software bei uns im Haus. Ich bin Head of Sales Administration bei der Firma Dyrdental, was so viel heißt, dass ich das Backoffice im Vertrieb Export leite. Ich habe mich bei Dyrdental beworben, weil wir sehr gute Produkte haben. Dyrdental hat ein sehr gutes Image auf dem Markt und viele Entwicklungsmöglichkeiten. Weil es ein krisensicheres Unternehmen ist. Der gute Ruf der Firma als familiärer und zuverlässiger Arbeitgeber. Die Hierarchien sind flach und für die Mitarbeiter ist nachvollziehbar, was die Geschäftsleitung für Entscheidungen trifft und deshalb fühlt man sich ja auch wie in einer großen Familie. Es ist die Vielfältigkeit der Arbeit. Es ist der internationale Kontakt, den wir weltweit mit all den Kollegen zusammen haben. Aber es ist auch das Team hier vor Ort, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Flexible Arbeitszeiten, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, dass es auch Wertgeschenke für die Mitarbeiter gibt. Als Mitarbeiter eines familiengeführten Unternehmens erfährt man eine hohe Wertschätzung und wir haben ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Eines der großen Prinzipien unseres Unternehmens ist der Slogan Better before cheaper. Den kann ich so voll unterschreiben. Lieber einmal mehr über eine Funktionalität sich Gedanken darüber machen, als sie unfertig in den Markt zu werfen. Mir sind Teamarbeit und Verlässlichkeit sehr wichtig. Mir ist wichtig, dass wir in Menschen vertrauen. Nur wenn wir Vertrauen in Menschen stecken, erreichen wir etwas. Mir ist vor allem wichtig die Wertschätzung gegenüber anderen, Professionalität und ich möchte sicherlich ein Vorbild für meine Mitarbeiter sein. Unser französischer Kollege hat eine Bestellung reingeschickt. Ich wollte ihm nur kurz und knapp ein Ergebnis zurückschicken, habe mich dabei bei der Google-Suche vertan und habe also was ganz anderes geschrieben, wie richtig gewesen wäre, was in der Niederlassung zu großen Lachern geführt hat und mittlerweile auch in meine Schulung bei den Azubis Eingang gefunden hat. Eigentlich muss man nur meine Arbeitskollegen angucken, dann kann man schon lachen. Einer unserer Mitarbeiter hatte vor Jahren eine Löschen-Funktionalität implementiert, die so gut funktioniert hatte, dass es ihm den Rechner lahmgelegt hat. Alle gemeinsam! Die immer wirklich neuen und spannenden Herausforderungen, die an die Software gestellt werden, von der Einführung von 3D-Volumen bis hin nun zu KI-gestützter Diagnoseunterstützung. Es wird nie langweilig, die Software weiterzuentwickeln. Das Spannendste ist zu sehen, wie die eigenen Teammitglieder an ihren Herausforderungen wachsen und die dentale Welt erobern. Und wenn man mit Menschen arbeitet, weiß man nicht, was passiert. Und das ist das Tolle. Wir haben komplexe Produkte, wir haben komplexe Fragestellungen und wir haben jeden Tag neue Herausforderungen. Dass es sich einbringt, wo es geht und auch vor größeren Aufgaben nicht zurückschreckt. Gebt euer Bestes und ergreift die Chance. Traue dich, Entscheidungen zu treffen und lerne gleichzeitig Verantwortung dafür zu übernehmen. Sei immer bereit, etwas Neues zu lernen und freue dich auf wirklich spannende Aufgaben in einer sehr interessanten Porsche.